Wir tun dir nichts. Geh mal zu deinem Baby und über die Strasse. Du brauchst nicht zu gucken. Man sieht ja, als die Kleine ist, wenn ein Großherr nicht entsteht. Da geht's los. Warte mal, Angelika, wenn du mich mal nach vorne wirst, dann kann ich nur dabei mit dem Video zu. Ja, das will ich auch. Ach so, dann brauchen wir sie nicht doppelt zu machen. Guck mal, jetzt kriege ich jetzt was zu fressen. Muss ich da noch gleichzeitig drauf tun? Nein, die kriegen erst Milch, oder? Guck mal, wie viele Vögel da unten drunter laufen. Ja, echte Nahrungsquelle. Ja, ja, wenn die laufen, kommen natürlich auch in Säcken hoch und dann ... Aber der Kleine, der hat auch mit seinem Russel auch noch Probleme. Und sagst du, dass hier vorne ist, die Mama? Oder gehen die auch zu anderen? Die hier. Die ohne die Zähne. Ja. 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 Das heißt, bitte auch nicht so. Die geht doch nicht so nah rein. Ich mein fast einen, zwei Jahre. Nein, es ist hier. Es ist ein bisschen. Es ist ein bisschen.